So, wir sind im Lindner Rezor Park. Ein sehr schönes Haus. Hier ist das Bad, die Nachtzelle, Schlafzimmer, drei Schlafzimmer, Balkon, alles da, kommt der Lukas. Lukas, das ist hier, ist das nicht schön? Auch ein schönes Bad. Gehen wir mal gerade runter, gucken wir uns das mal unten an. So, dann haben wir hier das Wohnzimmer. Mach mal Licht an gerade, mach mal ein bisschen Licht. Dann haben wir mal hier auch Fernsehen alles. Wunderschönes Bungalow, Häuschen. Die Küche haben wir auch. So, aber die gähnende Leere ist der Kühlschrank, alles leer. Da hätte man ja ruhig mal ein bisschen was reinstellen können. Welche Kuh? Ach da, die Kuh. Das sind die Zimmergenossen für heute Nacht. Sie werden sich noch wundern, was sie sich die Nacht angetan haben. Hallo! Der Björni. Dem kannst du dich heute Abend aufs Gebrüche geben. Meinst du? Ja. Warte. Ich bin das an. Ja.